Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, über die Stimmungsmache der AfD mit fehlinterpretierten und manipulierten Daten haben wir ja vorhin schon gesprochen. Ja, Impfnebenwirkungen existieren. Es gibt auch schwere Impfschäden in sehr, sehr seltenen Fällen. Aber das ist kein Grund, deswegen auf eine Impfung gegen das SARS-CoV-2-Virus zu verzichten. Aber anstatt darüber zu sprechen, wie wir Menschenleben und Gesundheit der Bevölkerung schützen können, vergeudet die AfD hier wieder unsere Zeit, um damit um gegen die Impfung zu polemisieren und die Verunsicherung in der Bevölkerung zu schüren. Und das ist eine Schande. Vorbereitet. Ich habe mal eine Grafik mitgebracht. Eine Grafik, die den Zusammenhang herstellt zwischen Impfquote und Übersterblichkeit. Denn an dem ganzen falschen Zeug, was Sie erzählen, ist ja eins richtig. Wir haben eine deutliche Übersterblichkeit in einigen Bundesländern. Das sind aber genau die Bundesländer, in denen Ihre Propaganda auf fruchtbarem Boden gefallen ist und wo Sie mit der Verunsicherung der Menschen dazu beigetragen haben, dass wenige sich haben impfen lassen. Die sind nämlich hier oben. Nun wissen wir ja, dass die AfD davon ausgeht, wenn es Deutschland schlecht geht, dann geht es der AfD gut. Das heißt, Ihr Ziel ist es, Menschen so zu verunsichern, dass sie das, was Ihnen persönlich und Ihrer Umgebung guttun würde, nicht mehr machen. Nämlich sich impfen zu lassen und sich vor einer Infektion zu schützen und damit auch vor lang anhaltenden möglichen Gesundheitsfolgen. So, jetzt will ich aber jetzt nicht nur über die AfD reden. Ich habe noch zwei Minuten, die muss ich leider den anderen Parteien hier im Haus noch mal widmen. Weil warum ist es denn so, dass die AfD so einfach es schafft, Menschen zu verunsichern? Und da müssen wir wirklich mal über die Ökonomisierung unseres Gesundheitswesens und über die Profitorientierung im Gesundheitswesen reden. Dann schon. Und deswegen finde ich, Herr Lauterbach hat vollkommen recht, wenn er sagt, wir müssen die Ökonomisierung im Gesundheitswesen zurückdrängen. Und wenn er das wirklich angeht, dann wird er die Unterstützung der Linken hat. War das ein Mist? Das kannst du laut sagen. Los. War das ein Mist? Ja, Mist. Mist, 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 Mist.